und damit willkommen zum zweiten teil von old stuff ja wie man vielleicht merkt wenn ich englisch klingt um einiges cooler und deswegen ist öfter mal so ein englisches wort plötzlich dieses video sollte eigentlich schon seit dienstag da weil ich hab's auch montag aufgenommen aber ich war am ende bei einer stunde video material aber es hat die date gecrashed dann habe ich auch mal kurz bearbeitet habt halt den letzten teil gerafft also dass das doppelt so schnell abläuft aber das hat dann wieder nicht geklappt obwohl es dann die länge hatte die ich auch bei einem pnq habe also ich verstehe es nicht und ja sollte es jetzt wieder nicht klappen wird sich mich einfach in die ecke ich werde also jetzt genau darauf achten dass ich wirklich maximale dreiviertel stunde aufnehmen und ja ich hoffe das wird was weil sonst wie gesagt setze ich mich heute in die ecke also keine ahnung deswegen werde ich auch einige dinge dann einfach kurz sagen das ist das und dann weiter blättern ja mein kleiner opi ist da noch für die jahre und das jetzt auch eigentlich alles für marken hat ich noch fit aber da dachte sich halt so wie gesagt fang wie man so das habe ich auch als leiner hat auf die wie an art von meinem charakter sie ist ein kleines technisches technik begeistert das wesen dass die dinge an der seite und weil sie eine kleine und weil sie eine schlüsselfigur ist und eine taktikerin und 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 das war für ein design wettbewerb bei einer künstlerin ihr charakter usagi man sollte ihrem charakter ein outfit geben weil sie das alte nicht mehr mochte und ich habe natürlich nicht gewonnen wie immer aber meine liebe elf hat es mir dann letztlich hinterher abgekauft halt wirklich nur das design also die kleidung und ich habe auch ihren charakter schon darin gezeichnet einfach als danke sogar zweimal einmal hat sie sich in kakao karte das lockt gekauft habe ich dann rein gezeichnet und das andere war einfach als danke dass mich heute man unterstützt sei es durch aufträge oder auch einfach nur psychisch jetzt habe ich quasi zu texten da bist du denn dann halt so ein a5 ich glaube jetzt kommen wir zum alten schinken die ganze sache beginnt hier mit dem wunderschönen titel mauer chillen am 2.11 und ja es ist wunderschön am meisten sagt mich ja bei diesen alten bildern dieser fetten spagetti haare und ich muss sagen gerade dadurch dass ich hier die kniescheibe so markant mit dem filter eingezeichnet habe und das fast komplett bis von einer zur ersten anderen linie geht muss ich ja persönlich wenn ich das jetzt betrachte an puppen denken so wegen diesen gelenken ja ich weiß die gelenke haben eigentlich cool und man sich bewegen kann aber ja scheiß drauf ich meine ihr körper ist so ein bisschen dünn gezogen es könnte eine puppe rein mein ami hat jetzt auch nicht wenn ihr bus sehen voll groß aus jetzt auch nicht die besten proportionen aber ich weiß nicht es sieht nicht so schlimm aus wie ray mein lieblings senji mit makuto dabei ist rei charakter und design makoto ist charakter und mit jiro finde ich vom design am schönsten das sind so meine drei lieblinge das habe ich auch extrem vorbildlich in der schule gezeichnet sowie die meisten bilder die sollte auch eigentlich ursprünglich zu einer story kommen ok das bild kommt auf der anderen seite der typ gehört dazu was ist denn das für ein hässlicher name alter okay gut du bist du hast glück dass du nicht durchgekommen bist aber komm der typ hat recht gute proportionen außer dass die arme slenderman artis sprich zu lang ein kleines schippel mit shinichi und han und sein körper mensch der wurde gut ja zwar extrem kurze beine genauso wie sie natürlich aber es hat schon mal eine bessere form als davor aber wir ignorieren die hände hier ich habe noch nie was gegen hände ich habe sie immer gezeichnet egal wie scheiße sie aussahen aber ja sie sei natürlich auch scheiße aus am anfang das ist dann wieder wie gesagt zu der story war natürlich jeder charakter tote eltern braucht damit eine richtige charakterentwicklung machen kann seit live eines anime charakters das war von einer story wo jemand eine person gesucht hat die halt seine sachen zeichnet und das war natürlich ohne bezahlung weil es einfach nur ausprobieren und ja es wurde natürlich nichts ja aber am besten finde ich immer noch sie weil wie hält sie es fest die andere hand ist hier wie hält sie es fest magic bitch die flügelgröße passt aber sie ist klein wie sich und so viele grenzen die essen wir auch nicht aber ganz ehrlich die flügel sind das schlimmste das kleines probleme an dem bild das war so wie du und seine schwester und ich habe den intern geben wo wir durchaus immer hin ist wunderschön und die proportionen sind mal wieder echt schön vor allen dingen habe ich hier das anime schickliche recht hinbezeichnis die es und naja aber ich mag die atmosphäre mein allererstes kopfbild es ist sogar glaube ich noch am selben abend entstanden wie nachdem ich die gekauft habe das waren zwei röhtöne und ein hautfarbe und wie wir sehen es ist meisterhaft das war dann ich hab ja gerade gar kein datum und dann habe ich mich erst mal aquarell gewidmet weil ich so frustriert war dass ich trotz dieser magischen stifte kein tolles colorbild hatte ja minder sind überbewertet braucht man nicht dann auch ein die indianisch wirkt naja also ich will zumindest die kleidung hat was indianisches so ran da habe ich echt gefühlt die ewig dran gesessen weiß aber alter guck ihre arme sind so krass mager es sieht aus wie steinig mich aber ich finde das sieht aus als wäre sie magersüchtig alter ich meine klar sie hat doch im anime im stil sehr dünne arme aber nicht so schlimm wie hier da haben wir wieder die spaghetti haare mein gott die sind echt das schlimmste daran dann habe ich mir sogar schon neune stifte geholt das war am 9 ersten ja ich war nebenbei im laden aushelfen konnte mir deswegen immer wieder so stoßweise zwei drei stifte holen und das war mein erster manienversuch ja so sollte man ihn ursprünglich aussehen ok nein das war einfach nur ran irgendwas kritzelt aber Gott sei dank verworfen das war für eure mom was ich am schlimmsten finde das halbere gesicht weil da habe ich richtig schlimm dieses voltemort face der grund warum ich nasen so zeichne wie ich sie nase jetzt ja wie gesagt das war der erste melina versuch und er ist wunderschön ich finde ja diesen pullover voll gut weil ich weiß nicht er sieht so schön kuschelig aus sie hat zwar dann komischen rock aber ich mag den pullover das war mein erster rox das ist wunderschön das ist in der bocksache wirklich jetzt kannst du halt so mit ihren fäusten und braucht keine waffe mehr weil es sieht einfach tausendmal cooler aus nein keine ahnung ich weiß nicht ich finde es inzwischen wäre es sehr awkward wenn ich jetzt noch eine waffe geben würde ich habe sie halt fest das bocksache im kopf das war von alleine wo ich sie versucht habe beim kampftraining zu zeichnen also ein ausschnitt da rennt sie hat gerade auf ihren mentor zu und versucht ihn anzugreifen und dieser vogel ist einfach nur awesome hier habe ich ja schon wieder nach hau farbe gegeben und zwar silber aber die grünen haare die waren von anfang an drin ich glaube ich werde ihr das design noch mal redesign keine ahnung wofür aber sie kommt noch mal so was ähnliches weil hat es jetzt nicht der krasseste schnühe aber ich finde es ganz süß und auch gerade mit diesen hochgebundenen also da würde ich noch mal so etwas ähnliches verpassen ja das war für einen weintienstagswettbewerb in der gruppe einfach nur just of fun aber dann hatte ich keinen bock mehr dann sollte es das werden aber dann hatte ich keinen bock mehr auf den stamm ja ich war sehr motiviert das ist keine ahnung wie die blumen c a l a und ist der charakter von isoge ich liebe ihre bilder weil oh mein gott alter ihre charaktere sind so real so richtig also egal ob skizze oder line art oder collar alter die emotionen die sind so echt du denkst halt wirklich das ist so von der echtheit der emotion das ist der hammer und die hintergründe die sie macht alter ich bin da leider so ein kleines faustück scheiße aber ich versuche mich dieses jahr wieder mehr heranzuagen aber ja und ihr charakter ist halt stumm durch ein vorfall in der family dabei ist eigentlich eine magische elf aber so ist sie halt nur noch bogenschütze und ja der stein ist halt wichtig und weil iso sie hat auf einen a3 sie zeichnet eigentlich nahezu nur mit buntstiften oder hat es ist jetzt ein bisschen mehr mit copics sie hat davor wirklich alles nur mit buntstiften gemacht maximal flat color mit copics aber das ist dann halt auch wieder ein witz und alter sie selbst hat selbst ein verficktes a3 quer wo ein charakter auf den steinen setzt und dann nur mehr und voll der krasse himmelaufgang alter wie wo hast du die nerven her schickt ihr mir rüber bitte gerade für montag brauche ich diese nerven und dienstag das ist von kassie meine kleine bitch ihre haare sind inzwischen braun zu blond das tattoo habe ich glaube ich noch gelassen ich weiß es gerade nicht so ganz aber das tattoo kann sie eigentlich zum leben erwecken und hat sozusagen sowas wie ein begleiter und das design ist jetzt eigentlich nur noch unterwäsche jetzt kommen einige sailor moon entwürfe von fernart wo ich dann aber irgendwie keine lust mehr hatte die zu machen rei mag ich ganz gerne aber usagi sieht so naja das könnte ich ruhig mal neu zeichnen es lädt nebenbei ich muss auf das kabel aufpassen ja ich weiß es ist sehr gesund für das handy ich glaube das werde ich noch mal neu machen hier natürlich mondhintergrund hier ja tempel und bei venus keine ahnung aber es hat was nur dass sie naja ähm es war dann auch wieder für ne fucking right now das wurde letztlich was anderes aber ich glaube ja doch süßigkeiten thema war was aber es wurde was anderes seht ihr gleich wieder usagi weil ich irgendwie da für meinen sailor moon hype hatte mit ich war das war 2016 vor drei jahren da war ich 18 ja okay das war dann doch ein bisschen ja nee 19 da war ich 19 ich bin 97 geworden das wurde es dann auch nicht weil mir das auch zu anstrengend war ach ne es war hexenthema genau ich wollte eigentlich nicht ein standard hexer machen sondern irgendwas anderes aber das war mir dann auch zu anstrengend und das hier ist alles nur mit buntstiften und für den derzeitigen stand meiner kurdauer war das echt gut außer die blätter die sind keine ahnung aber ja aber die haare sehen zumindest mal eher aus wie haare und nicht wie keine ahnung was und das außer dass ihre beine echt magersüchtig aussehen ich habe mir füße getraut bevor ich mich jetzt immer drücke ich weiß nicht warum aber ich hasse nackte füße ist besonders 10 ich hasse alle schuhe die die 10 offen haben ich weiß nicht warum ich hasse es einfach keine ahnung das wurde dann letztlich die besagte hexer und just wow erst mal wieviel facken tonnen haaren habe ich ihr gedalge geben also das sind mindestens drei wächst wenn du die nachstellen willst aber ich merke den hintergrund ist jetzt nichts besonderes aber die ist ganz schön außer dass die wolken awesome sind dass sie wieder in felna hat für charves sie hat eine serie im kopf wo alle ihre charaktere alle männlich auch er so was wie naja dämon ist falsch aber jeder hat einfach einen bestimmten reiz den es reizt und die essen dann das entsprechen er ist in dem fall seine haut ist extrem anziehend und er frisst gern hände weil die jeder so unglaublich gern zeichnet also ihr könnt euch bei ihnen bedanken dass ihr bald weniger in der session ist aber sie hat auch gesagt er so feminin kannst du ruhig ein kleid drüber klatschen das ist kein problem aber ja wie gesagt ich hatte wieder keine angst vor hinten aber es ist wunderschön das war für ein erstes artbook projekt poppy oher von ever after high also sprich eine neue verkörperung der ganzen märchen leute es ist die pose an sich ist gar nicht mal so schlimm aber das beide alter und die arme die sind so scheiße dünn das war für einen kleinen design wettbewerb wieder mit einem typen und ja diesmal ist es nicht wirklich verwunderlich dass ich nicht gewonnen habe das war ein erster later versuch in ihren magischen also ist kein menschiger gehör aber nachdem seid ihr magie entdeckt emotions versuch mit leine und frisoren ausprobieren und ja das sieht wunderschön aus doch ich hab ja datum 13.4 also noch fast zwei wochen bis zu meinem geburtstag oder vor meinem geburtstag wieder ein design versuch wie sie aussehen hätte können hier das war der versuch von den tiger markern also der laden tiger was so rapschlagen das ganz grob gesagt hat auch eigenmarker an marker und marker 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 ich habe halt geguckt die blenden die aber ich glaube das war noch das falsche hier nee ich glaube nicht keine ahnung ich habe jedenfalls ausprobiert wie blenden die und alter dieses der bild wo ich die andere nicht hatte einfach nur das bild wo ich das abfotografiert habe das hat so viel beachtung bekommen scheiß die wandern es war halt einfach nur so dort und haare runter und mal gucken wie es funktioniert aber wie wir sehen es blendet einwandfrei aber man kann sie auch mit copics versuchen das ist nicht das problem dann halt noch die anderen noch mal dasselbe für einen bei einer verlosung hat halt ein bestimmten wunschlesezeit vergeben und die jene hat sich kaito kick gewünscht und sie ist meine rpg partnerin seit ich glaube seit 2014 schreiben wir und wir starten halt immer wieder neu und konnen ist halt jetzt fantasy scheiß weil fantasy geil ist wirklich das einzige was noch original getreue ist ist dass jen shinichi töten will auch wenn das jetzt eigentlich also wenn er jetzt eigentlich gar keinen kund mehr hat weil er ist einfach nur shinichi keine ahnung und hier gehen sehr gerne kaito und shinichi und hee 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 nein nur im ernst man sollte nicht diesen chat lesen ich habe auch meinen shantenschat habt ihr auch euren shantenschat mit jemandem das war dann mein adress für eine artbook was nur ein fettprojekt sein sollte und ich mag die skizze ehrlich gesagt immer noch nur was mich dann letztlich anders denken halt wo ich dann sagte okay nein das passe ich da doch lieber ist weil die haben hier unten gerufen und dann im atelier ist das ein bisschen unpraktisch dann wollte ich halt die kurven zur geltung bringen indem die schlittschuhe laufen aber ich weiß nicht das war dann so hintergrund keine lust also wird das auch wieder verworfen dann der vorletzte poppy versuch und jetzt kommt der kinder noch nicht ich höre wieder für die die sieben die schlittschuhe besser das war für einen spenden artbook und ich weiß noch nicht stolz ich auf das bild war weil ich mir halt mehr fahrtechnisches getraut habe und ja es ist nicht schlecht außer dass die bücher und gräser war das war dann wieder ein kleiner ach nee stimmt weil ich gefragt wurde wie ich kolle weil das von anfang an am besten ankam aber ich versuche sowas wie mini tutorial und das war halt der übungskopf das war für ein auftrag von 1 kissenbuchkörper aber das habe ich dann noch mal neu gezeichnet weil ich im hinterkopfdessen abgeschnitten so jetzt kommt finally poppy am meisten mag ich ja daran immer noch den marmor boden ich glaube ja bis jemand ich habe bei tisch machen versucht das ist wie heißt denn das holz laminat genau laminat boden der sieht gut aus ich habe sogar mit hilfslinien gearbeitet und ich finde es ja auch an sich gut in der scene eingebunden aber erstens das fett da sieht extrem platt aus aber dafür haben irgendwie die verpackungs dinge haben was aber für mein erstes artbook bild vor allen dingen wenn ich daran denke die vorigen bilder denke war das schon ein guter schritt das nächste artbook bild auch wieder von diesen eidel dingen und ich habe mich erfolgreich für die kufen gedrückt die shoppt halt gerne also war sie vor allem war noch mal im motion versuch mit roxy und der wurde definitiv besser und da sieht man sie halt auch wie sie jetzt ist mit kurzer und ihrem ersten outfit noch mal sailor moon weil eine bekannte sich gewünscht hat dass sie als kleine tochter einen fernanzeichen und das habe ich gemacht und alter guckt euch diese verfickte skiz an sie ist so gut gerade wenn ich einfach nur die zwei bilder vergleiche die proportionen die annah und to me sind um welten besser und ich habe hier keine referenz und keine vorlage genommen ich weiß nicht woher auf einmal der schub kam aber ich bin schon so ein bisschen stolz drauf sie hat mir dann sogar ein paar euro gegeben so als danke mussten sie nicht aber auch verliebt die skizzen so ein artbook bild was sie dann jetzt in voll farbe sieht ja ja aber was so nicht verhältnis anbelangt der mon ist shiny extra und wie ich hier natürlich noch von von leute schaut guckte auf die tippen so wie jeder richtige mond tun sollte und dieses so genannten rein herzen die sie ja sammeln in dieser staffel hier unten macht es ja noch sinn da ist alles okay aber alter das ding ist mindestens 100 meter entfernt und es hat einen genauso großen nicht umfang wie hier für sechs geht es einfach das ist dann die skizze zu dem hier und ich habe mich wieder vor den kufen gedrückt ich finde es halt so scheiße irritierend die dann ins tenor zu setzen wenn sie kufen anhaben aber was ich am meisten daran mag sie ist die haarkoller also die haare sehen halt besser aus sind halt nicht so krasse spagettis und die color ist schön matt glänzend und sie hat wieder so eine nase die ein bisschen angst macht aber dafür ist sind diesmal die augengröße ganz okay ähm das war auch das war dann der ich glaube mittlerweile der dritte versuch ja der dritte versuchts für ihr ich glaube die habe ich schon ich weiß gerade gar nicht mehr ich glaube ich habe die da nicht wenn wir es auch schon gleich keinen bock hatte hier wieder ich weiß nicht warum ich das dann mal ausgedruckt drin habe aber ich lasse es jetzt einfach drin das war für zwei sda's die kakao skizzen kakaos sind halt kleiner 6,4 mal 8,9 8,9 6,4 ähm große karten und da zeichnest du wirklich speziell auf diesen format dieses motiv und das macht ihr halt aus du kannst es auch bekleben oder so aber das wichtigste ist halt dass du wirklich direkt auf dem format arbeitest und nicht groß machst und dann runterskalierst digital das war die für die todsitzende sehr faulheit wut nie wahnsinn wut ähm wenn man sich selbst schön findet ich komme halt nicht aufs wort für die äh tales of ist ja elise und hippo weil hippo love ist ähm sophie weil sie einfach nur zucker ist musay weil sie ist einfach nur overpowered als fuck als gegner aber in meinen team stürzt sie einfach als erstes das ist genauso wie hoover mina mit ihren geistern die drei wohnstern die haben sie nicht mehr geschafft boah alter dieses bild ist es wie man vielleicht sieht aquarell und gerade was zu diesem farbverlauf für den roten stoff belangt bin ich so scheiße stolz immer noch drauf und das war ein verlosungsgewinn ich habe mir das nur angetan weil es halt ein verlosungsgewinn war ich habe ihm das versichert geschickt aber die person als das ich habe geholt und dann kam es zurück und dann ist die hause voll und dann wurde halt auch nicht mehr gefragt und ja seitdem ist es hier drin und ich bin immer noch echt stolz drauf und ich hoffe wenn ich dann das doctor mafias set habe was ich mir jetzt zurücklegen das nach bis man halt mein gehalt da ist damit es kauf kann gebraucht fast wie 9 40 so was hat ähm dass da meine aquarellauern und zurückkommt weil ich mag die optik echt sehr gerne aber und ich bin nicht jetzt sehr zu dumm für aquarell seit ich richtig mit kopiks umgegangen total behindert aber ich habe kein datum mehr drauf für das f-art book wohl dann jetzt auch hier das fertige haben von SAO Silizia es wurde noch einen chemischen stoff benannt und zumindest die erste stoffe ist für mich der größte naja ich sag jetzt mal nicht was ich wirklich denke aber sie fand ich dann doch am sympathischsten auch wenn es trotzdem ein standardcharakter ist also so ein klischee-charakter aber sie ist Zucker vor allem Pinot und ja ich habe ihm wieder ein bisschen mehr Hintergrund angetan und yeah ähm eine kleine Artbox-Skizze wie Leila heimlich Wasser-Training macht und Alina stalkt I see you das war weswegen ich mir jetzt die zurücklegen lassen habe das ist mit diesen sogenannten Dr. Mafias Farben aber da war ich bei einem kleinen Color-Workshop bei Nashi es war halt einfach nur mal so reingucken vielleicht hat die neue Infos für mich aber hatte sie nicht aber hey so konnte ich die Sache testen das ist inzwischen zwar auch Jahre her aber ich hoffe 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 so stark dass ich dadurch wieder meine Liebe zum Aquarium-Medium entdecke weil ich halt ich mag echt die Optik aber irgendwie habe ich jetzt halt nicht richtig damit zu arbeiten außer Hintergrund-Kampagne in Form von Galaxie oder also normalen Himmel für ein weiteres Artbook auch wieder Fanart und dafür finde ich das Auto finde ich ist da echt am besten gelungen und die Socken äh von Cardcaptor Sorkura und steinigt mich aber ich habe diesen Anime nicht geguckt und jetzt war ich es auch nicht mehr weil ja also ich habe mir schon ein paar Folgen angeguckt aber ich kann es mir nicht staffelweise ranziehen das ist dann irgendwo dann doch wieder zu viel Weltstämmen aufgewachsen das ist wieder was anderes gewesen auch wenn das meine Zeit war aber ich kam nur schwer an RTL 2 ran aber egal Ravens geht so und das hat wohl okay mit Copics das davor war Aquarium-Medium ja ähm mit ihrer Sensor ich weiß noch das Bild hat ja echt recht viel Begeisterung dann bekommen und jetzt an sich hat sie halt immer noch die Hufe nur jetzt habe ich ja diesen blau zu grün gehenden ähm Fell unten verpasst und ja es langt sich das wegdenken ist sie voll sexy oben und dann kommen halt die Hufe aber ja diese Thematik wird ja auch bei also selbst unter dem Mund gibt es schöne Ziele kleine Bitches äh das war für einen Dog wohl weil dann später auch die fertige Fassung sie sollte ein Sukupus werden und ja das Farbschema ist dann sehr eigen dafür und dazu habe ich sogar noch ein Speedband auf dem Kanal das war eins meiner ersten Videos und zwar die Parts geteilt und ich bin beim Bondgang und da habe ich schon wieder die Titti so betont und guckt euch diesen Faltenwurf an Alter das sieht aus als so als würde es zum Schritt alles einsaufen wie so ein schwarzes Loch also die Falten machen irgendwie so einen komischen Wurf aber ja keine Ahnung und das hier ergibt auch keinen wirklichen Sinn ich glaube das soll Blätter sein keine Ahnung ja ich glaube Blätter die sind grün okay ich verstehe es selbst nicht für einen Taste of Artbook erlebe ich ja eine DLC die ich leider nicht habe weil das eine die Neuheit mit Geld bezahlen muss ich bin kein zu geistig dafür ich versuche dann immer ingame die ganzen Outfits abzukrasen aber ich schaffe eigentlich immer nur kleinen Marsch den ich denen noch reinklatschen kann bis Accessoires und ich mag dann den Hintergrund echt sehr muss ich sagen das Wasser die Steinwand Pflanzen wirklich ist auch nicht mal so viel am Platz und dann den Himmel das ist echt am besten geworden also Hintergrund mit Aquarell und die selbstbekommung Leila ganz abenteuerlustig so werdet ihr sie nie in diesem Outfit entdecken ich weiß nicht wie das Outfit aussehen wird wenn es wirklich abenteuerlustig ist aber das dauert lange ich mag die Skizze immer noch unglaublich gern und die hat auch echt einiges an Promimenten abbekommen aber dann die Wasserspiegelung war so tut mir leid ich traue es mich nicht aber ich überlege noch sie zu einem Charakter für mich zu machen weil ja ich finde es voll cool die Skizze zu dem Artwork und hier habe ich mit Toscho gematscht und deswegen weil es ja zu dem auch wieder Ever After High zweiter Durchlauf wird jetzt leider nicht mehr kommen aber alter dieser Fortschritt ich muss sagen ich bin da echt so ein bisschen stolz drauf ca. ein Jahr liegt dazwischen und Color wie Proportionen und so voll gut außer dass ihre meine einfach mal als einziges so krass muskulös sind aber sie hat dieses Spaghetti-Haar wieder aha und irgendwie kamen die Pilze auch voll gut an ich finde sie so ein bisschen ja wieder noch ich mag am meisten den Grenzekatze-Effekt zu einem OC Artbook und das Bild das ist so schön aber das Artbook wurde natürlich abgebrochen wie so viele andere dann auch Raven ähm Shigigami Artbook was vor allem diejenige die war fast fertig mit Layouten aber dann auf einmal nichts mehr also auch verpufft dann für ein anderes OC Artbook was auch nichts wurde ähm ein Charakter den ich nach Wunsch Stichworten designt habe die auch vor sich hin verschimmelt wie so viele andere der Charakter stand oder steht an sich schon nur sie wurde noch nie in diesem Outfit gezeichnet von meiner Rasse Tiara Dämona eine Verschnörkelung das Wort ist Tierdämon oder Walddämon das war es bei Dämon von Elef und ich mag die Kleine echt immer noch harder und sie hat sie auch schon ein paar Mal gezeichnet das ist so schön bis heute zum OC Artbook sowas wie ja los extra los werden keine Ahnung Shibis von meinen Charakteren aber Aquaria hat mich wieder gemobbt hier wollte ich erst als ODA weggeben also du kannst irgendwas bieten Artbooks oder so statt halt Geld ich würde ganz gerne mal was haben statt es immer nur zu verlosen aber ich habe es dann letztlich verschenkt und sie wurde auch immerhin einmal gezeichnet für ein Ichiartbook jetzt Vorstellungsbilder oder so dann der Text zu mir kommen ja voll Ichi ne von Koro Gane ein Wunschcharakter weil ich mir halt von ihren Doktor geholt hab und als Bezahlung hab ich sozusagen für sie einen erstellt und sie hat auch mit dem Schied angefangen aber der muss halt leider vor sich hin also zumindest gab es noch keinen da in Stadt da auch die muss halt auch vor sich hin also auch wieder Wunschcharakter war noch nie gezeichnet der Charakter ist eigentlich war so das Maskottchen der Seite von derjenigen aber ja auch wieder nicht ich liebe die Schuhe aber es war dann halt auch wieder kein Arsch ich hab so viel Designs gemacht und 90% liegt so rum und ich stehe dann da danke das wurde dann letztlich für das Ichiartbook was natürlich auch mehr nach Ichi aufs Sicht für ein Rassendesign-Mitbewerb aber sie wollte den Charakter nicht also war tot auch wieder von meiner Rasse auch wieder Verlust und ich kenne sogar die Person aber sie hätte noch nie gezeichnet glaube ich also ich glaube sie hätte mich sonst noch markiert aber ja das war dann das Artwork zu dem Ichiartbook aber ich hab's dann zurückgezogen weil es war monatlich hieß es es kommt jetzt es kommt jetzt und wurde ich halt auch immer unzufriedener mit dem Bild und ja und sie ist ein Magical Girl und es ist jetzt nicht mehr so dass es schlimm ist dass sie deswegen dann so nun ja sexy da hockt weil es wird halt natürlich eine düstere Mahou-Shou-You-Geschichte ähm aber ich wurde halt immer unzufriedener und da hab ich gesagt ja ich zieh mich komplett zurück das Bild mach ich nochmal neu weil das Buch jetzt doch gedruckt wird aber mich triggert dieses Bild aber nächsten Monat komm ich erst gleich dazu meine leider bisher noch einzige Kampf inno ich hab auch ein Leinart noch mal ein Skiz im Buch drin aber ich trau mich einfach irgendwie das Kollon welches ich koste es soll aber ich bin noch noch stolz drauf weil halt so an diesen ganzen kleinen Scheiß zu denken und dann hab ich mich mal getraut wirklich jemanden von hinten zu zeichnen so blöd es sich anhört das muss man sich ja auch irgendwo erst mal trauen weil von vorne sind wir schöner Mannin gegen Roxy sie haben sich lieb oh wartet das stimmt das war die ganze Charactersheet ich hab mich ja jetzt in den extra Ordner geklatscht so hier ist der Adopt den ich vorher angesprochen hab in Farbe und die Farbe war das sehr eigen also die zwei Farben klappen ja noch aber mit dem Pink ist das so ein bisschen ja und der Schweif ist auch sehr interessant und die Nase alter guck euch diese Nase an guck euch dieses Gesicht an das war auch für ein Designwettbewerb wo die feiner Wäscherin einen designen wollte aber es wurde es halt wieder nicht leider ja schön zarte vielleicht re-designe ich das nochmal und vergebe es neu aber halt OTA oder Kauf am liebsten aber jetzt nicht mit diesem Charakter speziell sondern irgendwas oder ich mach nur das Design raus weil es kommt halt relativ gut an und kann sich noch jemand an die Crazy Bad Challenge ändern für die die es nicht wissen es war einfach nur von einer Magakerin ins Leben gerufen dass man sich ein 20-seitigen Manga ausdenkt also ein One-Shot und diesen bis zu einem bestimmten Leitung fertig kriegt egal ob in Farbe oder nicht ich hab in Farbe gemacht weil ich und alles schwarzweise ist halt Erinnerung die natürlich wieder mit Tod der Eltern anfängt Why not und alles normal ist dann Farbe und wie ihr gleich sehen werdet oder wie ihr jetzt schon seht ich war sehr man musste das auch irgendwie irgendwann bei mir was anladen ich war sehr motiviert Farbe, Farbe, Skizze Skizze Farbe Halbfarbig Skizze mit einem leeren Pinsel Skizze, Skizze Skizze, Skizze ne, das war da noch eine Erinnerung Farbig Farbig Skizze Skizze angefangene Skizze und dann kein Bock mehr ähm leere Seiten wie ihr seht ich war sehr motiviert und hab mich extrem dran gehalten das nehme ich dann mit im nächsten Part weil das würde sonst wahrscheinlich mal in kleinen Zeitraum springen und ich renne jetzt lieber durch und hab dafür ein Video als wenn es wieder die Detail grischt bitte nehmt's mir nicht übel ja ähm Erster von Ferrytear erstens das Doro ist wunderbar geworden aber ich hatte keinen Bock mehr auf den Himmel aber dafür finde ich alles andere recht gut auch wenn sie ja ganz schön breit gezogenes Gesicht hat aber das ja hat was es ist immer noch mein Lieblingsoutfit von ihren 1000 Kleidung Robo of June ich weiß zwar gerade leider nicht mehr welchen Effekt die Kleidung hat weil jedes jedes Design was sie hat sie kann sich ja immer durch Magie umziehen ähm hat einen bestimmten Effekt aber ich weiß gar nicht mehr was das war ja wohlgemerkt das Outfit womit sie immer am stärksten ist das einfach nur eine Bandage über die Brüste zusammengeschnürt und ein Schlafanzukose und dann Kantanas und damit ist sie immer am stärksten wirklich egal wie viel wenn mal eine Rüstung gepanzert ist die ist niemals so stark wie das was ich gerade beschrieben habe der Wahnsinn Anime ähm ja wie gesagt es war so ein bisschen gerusht wegen Technik ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel ähm vielleicht hat es euch ja gefallen lasst mir gerne einen Kommentar da also es würde mich enorm freuen und falls ich es sogar so überzeugt hab das hier ein Abo da lassen wir heute noch besser ähm ihr könnt es auch liken aber mich interessieren ehrlich gesagt mehr die Kommentare und Abo ist dann so ein geiler Nebeneffekt aber am meisten Kommentare ähm in circa zwei Wochen kommt dann das nächste P&Q ähm was dann nein nein ich überrasche ich überrasche aber es behindert jetzt eine kleine Aufgabe mit drin und ich bin mal gespannt wer das alles macht ich hoffe dass es bis dahin noch so in beziehungsweise das Motivreizide ähm da werden gleich zwei Videos aufkloppen die ihr euch angucken könnt einmal der erste Teil von dem und dann irgendein anderes keine Ahnung was ich da reinschmeiße oder ich sag einfach was da was auf den Souto abgestimmt ist bei Weiß dann habt ihr da natürlich mein Avatar zum ähm ähm zum Erinnerung des Abos das muss sowas von bearbeiten und ja ähm wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ich hab Montagprüfung und Dienstag ich freu mich so sehr ja habt noch einen schönen Tag lasst euch nicht ärgern ähm wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video wieder und ihr guckt ein älteres an oder mehrere ältere würde mich freuen yo ein älteres an älteres an